Letzte Rednerin in der Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als letzte Rednerin in der Debatte möchte ich gerne etwas reflektieren, was mich die ganze Zeit umgetrieben hat, nämlich die Frage der Schuld. Es wurde hier ständig von Schuld gesprochen. Wer ist schuld an dem jetzigen Zustand? Ich stelle jetzt aktuell einfach schlicht die Frage, wer ist in der Verantwortung im jetzigen Moment. Da muss ich einfach ganz klar sagen, in der Verantwortung ist diese Bundesregierung, dieser Gesundheitsminister, und es sind Sie als Parlamentarier. Deswegen reden wir auch davon, wer ist in der Verantwortung, um Dinge jetzt zu verändern. Sie haben angesprochen, dass die Kommunen jetzt zukünftig mehr Möglichkeiten bekommen sollen. Ich kann Ihnen nur sagen, wo leben Sie? Ich kann bei meinen Kommunen nicht erkennen, dass es dort eine besondere Lust oder eine besondere Motivation ist und vor allem, dass es dort überhaupt die Lebensenergie dafür gibt, zu sagen, wir bauen jetzt noch mal neue Strukturen auf. Denn meine Kommunen, die kämpfen im Moment mit ihren Krankenhäusern ums Überleben, weil diese Bundesregierung untätig ist. So, nein, so ist es. Und da wieder, die bayerische Staatsregierung. Es ist mir völlig egal, wer ist in der Verantwortung bei den Betriebskosten. Die Betriebskosten sind ganz klar beim Bund angesiedelt. Und deshalb, und wir reden hier im Deutschen Bundestag. Liebe Kollegin Zollner, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion? Selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und vielen Dank, Frau Kollegin, fürs Zulassen der Frage. Bei der Krankenhausreform müsste man jetzt schon auch auf den Aspekt fokussieren, dass ja ein Teil der Misere dadurch entsteht, dass die Krankenhäuser jahrelang aus den Betriebskosten auch die Investitionskosten abschöpfen mussten, die die Länder eben nicht gezahlt haben. Ich wollte aber eigentlich die grundsätzliche Frage stellen, weil es ja um Verantwortung geht. Und das stimmt, wir sollten uns hier auch nicht nur Verantwortung hin und her schmeißen. Aber Sie tun gerade so, als würde das Problem des demografischen Wandels eins sein, was erst in dieser Legislatur um die Ecke gekommen ist und was man in den vorigen Legislaturen nicht hätte absehen können. Und deswegen die Frage, wenn Sie Ihre Gegenvorschläge ja auch formulieren, ich habe so ein bisschen was durchgehört, FachärztInnen könnte man auch embudgetieren. Warum machen Sie es dann nicht ehrlich und schreiben dann immer auch dahinter, was das am Beitragssatzsteigerung bedeuten würde, und zwar in einer Situation wie dieser, die nicht so finanziell rosig ist wie in den vergangenen Jahren. Beim Thema der Entbudgetierung möchte ich Ihnen sagen, das war ja ein zentraler Punkt, dass Sie die Hausärzte entbudgetieren wollen. Und ich werbe nur sehr darum, dass Sie sich mal anschauen, wo überhaupt noch Entbudgetierungsbedarf in dem Bereich da ist. Es ist nämlich eine Mogelpackung, was Sie hier gerade machen. Die Stadtstaaten profitieren, aber in den allermeisten Regionen gibt es überhaupt kein Problem beim Thema der Entbudgetierung. Bei Hamburg, Berlin, okay, aber zum Beispiel im Freistaat Bayern, das sind minimale Summen, weil die meisten Regionen entsprechend schon profitieren. Und ich sage Ihnen eins, Sie haben die Gesundheitsregionen, es ist Ihre Verantwortung, jetzt schon wieder nämlich die Schuld. So, die Gesundheitsregionen beispielsweise, das ist der Ansatz. Ich hoffe, dass im parlamentarischen Verfahren diese Gesundheitsregionen wieder zurück in die Verhandlung kommen. Und wir hatten ja in der Mitte da, ja, es regt mich auf, weil die Leute vor Ort, nämlich in Baden-Württemberg beispielsweise, ist ein Krankenhaus gerade geschlossen worden, neu gebaut vor zehn Jahren. Man hat es nicht hinbekommen, dass dieses Krankenhaus weiter betrieben werden kann. Dort vor Ort ist ein Bürgermeister der SPD wirklich massiv in der Verzweiflung. Und dann können wir doch nicht einfach sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, sondern die Verantwortung, die liegt doch hier. Und das ist mein Anliegen. Wir müssen jetzt handeln. Und deswegen nochmal die Frage auch an Sie. Nochmal die Frage auch an Sie. Die Enquete-Kommission, beispielsweise Pflegesektorübergreifende Versorgung, wie Sie immer wollen, lassen Sie uns doch jetzt damit anfangen. Dann können wir das auch gemeinsam gestalten. Aber weder Ihnen noch mir nutzt es, wenn wir sagen, ja, vor 20 Jahren ist das passiert. Liebe Kollegin Zollner, es gibt erneut eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion. Und ich bitte, dass wir uns ein Stück weit auf die Fragen und dann die Antwort konzentrieren und dann in der Rede weiterfahren. Lieber Herr Ohlmann, Sie haben das Wort. Liebe Frau Zollner, danke auch, dass Sie die Frage zulassen. Ich schätze Ihre Emotionalität und Engagement. Nur meine Frage hier. Sie haben die Frage der Kollegin jetzt nicht beantwortet. Wie viele Beitragssteigerungen sind Sie bereit, mitzugehen? Und die nächste Frage wäre, wollen Sie die konkurrierende Gesetzgebung des Grundgesetzes aussetzen bezüglich der Verantwortlichkeit der Krankenhäuser? Würden Sie den letzten Satz nochmal wiederholen, bitte? Was war mit bezüglich der Krankenhäuser? Die Frage ist, in der konkurrierenden Gesetzgebung des Grundgesetzes ist Gesundheit Länderaufgabe, das heißt auch Krankenhäuser ist Länderaufgabe. Wollen Sie das Grundgesetz jetzt ändern? Wir werden, wenn wir in Bezug auf die Kommunenpflege zukünftig gestalten wollen, die Verfassung ändern müssen. Ja. Das werden wir. Wir werden die Verfassung ändern müssen. Ich sage Ihnen, das ist meine Überzeugung. Unsere Generation wird diesen demografischen Wandel beantworten müssen. Deswegen sage ich Ihnen, das ist meine Überzeugung. Dann haben Sie gesagt, ich bin zu emotional. Ich sage Ihnen, nein, es stimmt. Sie sagen, ich soll, genau, ich schätze Ihre Emotionale, wie auch immer. Männer sind engagiert, Frauen sind emotional. Wissen Sie, wie? Ne, so kommt es rüber. So, und da habe ich nämlich keine Lust mehr drauf. Da habe ich wirklich keine Lust mehr drauf. Das sage ich Ihnen. Natürlich bin ich emotional. Denn nur mit Leidenschaft verändert man etwas. Und das Thema der Migration und das Thema der Gesundheit, das wird uns um die Ohren fliegen. Und diese Bundesregierung ist nicht schuld. Aber sie ist in der Verantwortung, etwas zu ändern. Und darum geht es heute. So, und bei den Studienplätzen geht es weiter. Bei den Studienplätzen geht es weiter. Auch da sagen wir nicht, dass aus der GKV die Studienplätze finanziert werden müssen oder die Approbationsordnung. Aber was wir doch erwarten, ist in dem Bereich, dass der Bundesgesundheitsminister sich zusammensetzt mit den Ländern und sagt, kommt, lasst uns Lösungen finden. Lasst uns mal anders denken. Zum Beispiel, lasst uns doch mal mit den Ländern sprechen und sagen, ihr eure Landeskinder, die bekommen einen Studienplatz. Wenn jetzt zum Beispiel in Sachsen neue Studienplätze aufgebaut werden, dann bekommen sächsische Landeskinder diesen Studienplatz. Und dann ist vielleicht da auch in den Parlamenten eine Mehrheit dafür. Und das könnte man in allen Bundesländern machen. Also bitte lasst uns in diesem Bereich einfach anders noch mal denken. Mir geht es darum, dass wir am Ende, werbe ich in vielen Bereichen, zum Beispiel dafür weniger feministische Außenpolitik, mehr Gynäkologenbedarfsplanung anpassen. Das wurde entsprechend formuliert, mehr feministische Innenpolitik. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und auch zum Beispiel, dass die Richtlinienkompetenz vom Bundesfinanzminister Lindner endlich gebrochen wird. Liebe Frau Zollner, Ihre Redezeit ist vorbei. Und damit schließe ich die Aussprache.